Musik Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Kings, in der ich die Gewinne auslosen möchte von meinem letzten Gewinnspiel, was ich dir oben rechts nochmal auf dem i verlinken möchte, damit du den Zusammenhang ein bisschen besser verstehst. Ja, ich möchte 5 Gewinner heute ziehen, ich werde das denke ich regelmäßig, wenn es mir ermöglicht wird, mal machen, dass ich mal ein paar Sachen verlose und in diesem Fall ging es um laut Alice legendäre Truhen, die kann man einlösen mit einem Gewinnercode sozusagen, den ich euch zukommen lassen muss. An alle Gewinner, schreibt mir bitte gleich, wenn ihr gezogen werdet, unten in die Kommentare rein, worüber ich euch den Code zukommen lassen kann. Da gibt es 3 Möglichkeiten, das eine ist über Twitter, dafür müsst ihr aber meinem Twitter Account folgen und mir Bescheid sagen, es ist ein bisschen umständlicher, weil man bei Twitter Nachrichten nur schreiben kann, wenn man miteinander sich followt. Das zweite wäre, dass ihr mir bei Discord schreibt, in unserem Discord Channel, auch der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das dritte wäre über Instagram. Über Instagram könnt ihr mich auch erreichen, wie gesagt, auch da in der Videobeschreibung. Schreibt mir das nur bitte vorher in die Kommentare, nicht, dass sich irgendjemand als dich ausgibt und den Code weggrappt und ich davon ausgehe, dass du das bist und es dann Probleme gibt und blablub, das möchte ich natürlich nicht. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Ich habe mir einen Comment Picker rausgesucht, mit dem ich genauestens rausfischen kann, wer denn jetzt der Glückliche oder die Glückliche ist. Das machen wir jetzt eben mal. Dann wollen wir mal einen Gewinner ziehen. Also Voraussetzung war ja, dass ihr WOK-Hype in die Kommentare schreibt und deswegen ziehen wir jetzt einfach mal. Wir haben zwölf Kommentare, die das erfüllt haben. Und der erste Gewinner ist der Domo. Ich danke dir vielmals für die Videos, die ich mir abends zum Herunterfahren angucken kann. MFG, der Do und mach weiter so. Der Do und mach weiter so. Das reint sich. Herzlichen Glückwunsch an der Do, Mo. Du bist der erste Gewinner. Schreib mir bitte in die Kommentare, damit ich dir den Code zukommen lassen kann. Weiter geht's. Der nächste ist der German World of Kings Kanal. WOK-Hype. Finde deine Videos echt nice und spannend. Ja, gerne, gerne. Auch du. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mich an, damit ich dir den Code dann zukommen lassen kann. So ist richtig. Und der nächste ist... Steerose-Ziesel. WOK-Hype. Jo, reicht. Herzlichen Glückwunsch. Auch du. Bitte schreib mir unten in die Videobeschreibung mit dem Account, womit du auch bestenfalls mitgemacht hast. Der nächste Gewinner ist... Rikigopain1. Auch er, WOK-Hype. WOK-Mann, was hab ich denn immer? WOK-Hype. Ey, ich hab den Hashtag ausgesucht, ne? Und ich krieg den nicht richtig auf die Kette. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Du bist Gewinner Nummer 4. Und jetzt kommen wir noch zu Gewinner Nummer 5. Das ist... Nalinchen. Huhu, Chibi. Erstmal vorab vielen lieben Dank, dass du dir immer so viel Zeit nimmst, um für uns Videos zu machen. Und mal ganz nebenbei erwähnt, macht es immer Spaß, deine Videos zu schauen. Mich bringst du des Öfteren zum Lachen, weil du manchmal doch schon ein wenig verpeilt bist. Und genau das mag ich. Ach ja, Hashtag WOK-Hype. Jo, herzlichen Glückwunsch, Nalinchen. Auch du bist wieder mal dabei. Und ja, schreib gerne in die Kommentare oder schreib mich wieder auf Discord an. Und dann kriegst du deinen Code. Ja, das war's dann tatsächlich auch schon mit diesem Video. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht zeigen. Ich wollte es jetzt einfach nur schnell auflösen. Ich bin zur Zeit in dem Spiel Stufe 60 und fange auch schon an, die Seelenlevel zu sammeln. Da bin ich Seelenlevel 17. Ich bin immer noch total begeistert. Und wenn dich WOK interessiert, dann guck doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da findest du alles Wissenswerte zu dem Spiel und auch, wo du das Spiel bekommen kannst. Es ist komplett kostenlos. Ihr könnt es für euer Handy oder für euer Tablet nutzen. Und alles, was ihr braucht, ist ein relativ starkes Gerät, weil die Ansprüche doch recht hoch sind. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Selbstverständlich möchte ich dir noch eben zeigen, wie du dann deinen Gewinnercode einlösen kannst. Dafür gehst du hier auf den Einstellungsbutton und auf System. Und dann hast du nämlich hier die Möglichkeit, auf den Belohnungsbutton zu drücken. Und kannst dann hier deinen Gewinnercode eintragen. Der ist jetzt eingelöst, deswegen kann ich euch den ruhig zeigen. Und dann könnt ihr Abholung der Belohnung drücken. Und dann steht hier Rückzahlung erfolgreich, Geschenkpaket wurde zugestellt. Und ihr findet das Geschenkpaket dann unter dem Button Freunde und unter Systemnachrichten. Bei mir steht jetzt, liebe Givi, lieber Champion, wir haben ein Geschenk für dich. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen. Und in meinem Fall habe ich jetzt ein exklusives Geschenk bekommen, was 2 Millionen Kronen, einmal ultimativen Schatz und 10 Mal Truhen mit legendären Scherbe beinhaltet. So, das hole ich mir jetzt ab. Kann auch schon anfangen, hier die Truhen zu öffnen. Und in der legendären Scherbe war jetzt ein Fragment drin für einen Bogen. Ist das nicht Hammer? Ich habe noch so viele Truhen. Ich werde auf jeden Fall eine legendären Truhen-Folge auch noch aufzeichnen. Wenn ihr also neugierig seid, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, und so könnt ihr dann euren Code einlösen. Ich hoffe, ihr freut euch sehr über das kleine Gewinnspiel. Ich zumindest muss sagen, nochmal vielen Dank an das World of Kings Team für diese Möglichkeit, eben diese Verlosung zu machen. Das ist für mich nichts Selbstverständliches. Gerade weil ich eben jetzt nicht die größte YouTuberin bin, hat mich das unglaublich gefreut. Und ich hoffe, ihr hattet auf alle Fälle trotzdem Spaß mit den Videos. Und guckt auch gerne in die zukünftigen rein. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt oder wenn ihr einfach nur ein Gruß da lassen wollt, freue ich mich immer wieder über eure Kommentare. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in einer nächsten Folge. Macht's gut und Tschüssen!